Yo, was geht ab, Leute? What's pop, YouTube? Willkommen zu einem weiteren Foot-Draft 195-Rated-Video auf diesem Kanal. Ja, letztes Mal war der Titel so. Eigentlich hieß es das Ende, aber ihr habt mich motiviert und ihr habt gesagt, ich soll durchziehen bis Ende FIFA 20 und ich soll versuchen, 195-Rated zu bauen. Nach den ganzen 194-Rated-Drafts, die wir bisher gebaut haben, muss es doch möglich sein und ich werde weiter dranbleiben und dafür hasse ich mich gerade selbst. Aber mal ganz kurz nebenbei, kurz und knackig, ist hier nicht der Kombinations-Boss am Start? Ah ja, ah ja, dafür kann man doch schon mal direkt einen Like dropen, oder? Und für meine Ausdauer sowieso schaffen wir heute zum Abschluss vielleicht heute das letzte Draft in FIFA 20, 4444 Likes. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr es supportet, ist für euch nur ein Klick, für mich bedeutet das Ranking, mehr Geld verdienen, ja! Passt beiseite, Leute, abonniert kostenlos den Kanal, bald geht es los, FIFA 21 kommt raus, heute wurden schon die Karten geleaktet. Und wir haben ein Gnabry dabei mit 82 Tempo, wir haben ein Sancho dabei mit 83 Tempo. Danke dafür, EA Sports. Ein Like bedeutet ein Mitleid. Boah, so geil hat man heutzutage Likes. Ne, ganz kurz noch eine Frage nebenbei, feiert ihr diese Kameraperspektive mehr, dann schreibt 1 in die Kommentare, oder? Feiert ihr diese Kameraperspektive mehr, dann schreibt 2 in die Kommentare, also nah oder weit weg? 1 oder 2? Ich bring heute mal ein bisschen Abwechslung rein und deswegen mache ich Kameraperspektive... 1, let's go, 4, 2, 3, 1, breit. Wir fangen an mit einer Flügelformation, mit ZOM, mit ZDMs und alles, was das Herz begehrt. Und unser Kapitän wäre Lionel Messi, der auch ein Downgrade bekommen hat. Genauso wie alle Bayern-Spieler, obwohl Bayern einen Triple geholt hat. Das finde ich unfassbar krank. Alaba Downgrade, Thiago Downgrade, jeder Downgrade. Naja, wir wollen darüber nicht labern, vielleicht ist es auch nur ein Bug. Und vielleicht hat EA uns auch alle nur geprankt auf Crew-Prank angelehnt, by the way. No Front an die Crew, aber kann ja sein, dass das ein kleiner Prank hier am Rande war. Was glaubt ihr? Und wir fangen an im ersten Drop mit einer 99er-Karte, die seltener ist, als... Äh, dass man bei Vampin eine Rolex bekommt heutzutage. Wow. Oh, 1-Plus-Vergleich, Leute, oder? 1-Plus mit Sternchen. 15 Punkte habe ich dafür gerade in der Mathearbeit bekommen. Komar, der hat wenigstens in FIFA 21 noch ein bisschen Tempo. Nicht so wie Gnabry und Sancho. Warum auch immer. Und ich glaube, ich nehme ihn sogar mit. Warum nicht? Wenn hier jetzt Davis-Totz kommt, dann passt das doch. Komar, Davis, dieses... Ah! Ey, ich bin einfach der voraussehende Boss. Das könnt ihr mir nicht nehmen, diesen Titel. Der Foot-Drop-Boss, der Kombinations-Boss und dann auch noch der voraussehende Boss. Das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Und wirklich wird mit O geschrieben. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Wirklich wird heutzutage mit O geschrieben. O-O-Umlaut. So ein Ding ist das. Essien freut sich gerade genauso wie ich. Ist eigentlich mein Thumbnail-Bild. Aber gut, Essien, dann mach du's für mich heute mal. Innenverteidiger numero uno. Und nicht numero dos. Und ich gehe mit Abdelhamid. Und nicht mit... Was weiß ich, was da war. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Wir brauchen High-Rated, Junge. Mariano kann ich auch eigentlich gar nicht gebrauchen. Gibt trotzdem Plus-Drei, weil wir hier noch einen Ensonzi haben. Dann suche ich meinen Rechtsverteidiger hoffentlich. Carlos Alberto-Icon. Schade, Schokolade. Oh, schwierig, schwierig, schwierig. Da noch Full-Chemie zu bekommen hier heute. Wird sehr, sehr schwer. Und Sommer hat auch ein Upgrade bekommen in FIFA 21. Der hat auch eine richtig wilde Karte bekommen. Ja, ich nehme jetzt erstmal Hugo Lloris mit. Am Ende werden wir wahrscheinlich eh umbauen, ne? Ich guck mal, wer unser Ersatzkeeper wird. Ähm, bin gespannt, bin gespannt, bin gespannt. Jawohl, Digger. Jawohl, jawohl, jawohl. Jawohl, sehr gut. Ach, geil, Mann. Ach, geil, ach, geil, ach, geil. Wow, 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 wow. Jetzt aber sicher. Jetzt wird's hier aber langsam besser. Ich hätte auch die Eike mitnehmen können, aber will ich gerade nicht. Denn ich brauche Rating. Und so kriegen wir Rating. Und wir sind auf 73 Chemie. Yeah, geil. 73 Chemie, aber wartet ab, wie schnell das jetzt gehen wird. Von Spieler zu Spieler werden wir mehr und mehr Chemie sammeln. Da kommt Gnabry, über den ich die ganze Zeit geredet habe. 96 Tempo auf seiner Totzkarte. Da wird er niemals hinkommen in FIFA 21. Ich nehme hier aber Mohamed Salah mit, weil dann gehen wir zu der Premier League rüber. Wisst ihr, was ich meine? Hier, Premier League, zack. Und dann brauchen wir jetzt nur noch einen Stürmer aus der Premier League, der da hinlinkt. Und dann wären wir schon mal wieder auf einer guten Chemie angekommen. Mal gucken. Vielleicht kriegen wir noch einen Striker. Innenverteidiger brauchen wir auch noch. Rechtsverteidiger auch noch. Und wir kriegen Dembélé. Ousmano. Himself. The King. Dembélé, der einfach Trainingsschwänzt, weil er FIFA zocken will. Legende. Savanier. Hmm. Savanier bringt hier gefühlt gerade gar nichts. Deswegen nehme ich den Bruder mit, weil der bringt genauso wenig. Aber der bringt wenigstens Rating, ne? Dann aktualisieren wir hier einmal. Und, was sehen wir? Wir sind auch in einer 93er-Bewertung. Ja, 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 Leute. So schnell kann das gehen. Also, die Bewertung sieht nicht schlecht aus. Chemie-technisch. Sieht's gerade so aus. Chivinko kann ich nicht gebrauchen. Dembélé kann ich eigentlich auch nicht gebrauchen, weil ich keine League of vorne habe. Das heißt, Chivinko wird mitgenommen. Bro, das wird so schwierig, ne? Bro, sowas habe ich ja noch nie erlebt. Boah! Jawohl, jawohl, jawohl. Jawohl, jawohl. Nur plus zwei? Okay, für Abdelhamid gibt es aber plus acht. Dann mache ich wohl eher das. Juhl. Oha, kommen wir sogar auf 94 hoch. Leider nein, leider gar nicht. Leider nein, leider gar nicht. Noch nicht. Aber wartet ab jetzt mit dem Silberspieler kommen wir auf 94 hoch. Schwierig. Ah, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, drei Spieler noch. Hier muss viel passieren noch, dass das hier irgendwas wird. Aber das passiert, glaube ich, nicht mehr. Dann haben wir auf jeden Fall 99er Maradona bekommen, der aber im Endeffekt nichts gebracht hat, obwohl Wanwisaka jetzt nochmal für richtig viel Chemie sorgen könnte. Plus sechs? Vielleicht wird das hier sogar noch was. Abwarten und Tee trinken, Leute. Letzter Spieler, ein Innenverteidiger, den wir gebrauchen können. Komm schon. Upamecano. Ui, 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 ui. Das ist sehr nur... Oh, plus sechs hier nochmal. Jetzt, oh, jetzt geht hier was. Ich sag's euch. Okay, ich habe gerade gar keinen Bock, hier auf Chemie zu schwitzen. Es ist bestimmt möglich, aber 93er Bewertung. Das mache ich ja eigentlich in jedem zweiten Draft bei mir auf dem Kanal. Ja, Spaß beiseite hier, Undercover-Flex am Start. Aber wir nehmen das einfach so mit, wie es jetzt ist. 93er Bewertung, wir haben 99er Spieler, wir haben Cholet am Start. Sieht gut aus, mehr brauchen wir nicht sehen. Oh, oh, Wundertüte, Wundertüte. 4-5-1 Offensiv, die offizielle Wundertüte ist am Start. Die offizielle Wundertüte ist am Start. Und wir können mit Riquelme starten oder wir starten mit Munir rein. Und das mache ich wohl eher, denn die Chance auf Maradona und Zidane, die lasse ich mir doch hier heute nicht nehmen. Entgehen. Oder wie auch immer wir das nennen wollen. Okay, Chance Nummer 1 ist uns schon mal entgangen. Dann nehmen wir aber den Spanier mit, der linkt hier auf jeden Fall. Komm schon, 99er oder 97er. Ja, 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 back to back, Junge. Zwei Drops hintereinander, Maradona am Start. Nice, Mann. Sehr, sehr wild, sehr, sehr, sehr wild. Und jetzt R9, 97er hinterher, das wäre so köstlich. Glatzkopf hintereinander. Nice, Miff. Sehr nice. Ja gut, dann kriegen wir hier aber 99er De Bruyne, habe ich gehört. So hat mir jemand zugeswitchert. Nee, aber die Karte von Pogba. So sieht übrigens die Karte von Pogba in FIFA 21 aus. Nehme ich ihn einfach mit, oder? 88er, schadet nicht. Ist zwar nur eine Goldkarte, aber Paul Pogba als 88er ist auf jeden Fall gut. Und hier schon wieder der gute alte Gnabry. Der hatte hier noch 90 Tempo. Was haben die mit der Karte gemacht? Ich kann es bis heute nicht glauben. Und ich nehme erst mal Lorente mit, ja. Rechtsverteidiger. Da muss jetzt noch viel passieren. Ich habe das Gefühl, wenn man 99er Maradona mitnimmt, dass man dann nicht mehr so heftige Spieler darauf folgen bekommt. Vielleicht muss ich mal sie dann mitnehmen, anstatt Maradona als nächstes. Aber das wäre ja eigentlich nicht clever von hier oben her. Wow, okay. Ich habe gar nichts gesagt. 93er und 94er Außenverteidiger. Sehr nice. Vor allem ist der Jordi Alba direkt auf Full Chemie. Und man kann hier machen, was man will. Rodin sehr, sehr schwer auf Chemie zu bringen. Aber wenn man ein Icon bekommt wie Ferdinand oder so, dann ist das machbar. Bekommt man hier leider nicht. DJ Arne ist am Start. Romano Oli ist am Start. Abdelhamid, ich gehe Risiko. Ich muss es tun, Freunde. Ich muss Risiko. Courtois, wie lange habe ich den Bruder nicht mehr im Draft bekommen? 92er Bewertung, 82 Chemie. Da geht einiges. Vertraut mir. Vertraut mir. Ja, Mann. Garincha, sehr wichtig. Sehr wichtig, sehr wichtig. Bam, rein mit dem. Die nächste Icon, die gut ist. Oh, jetzt ein Stürmer. Jetzt ein Stürmer. George Best. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Den kann man hier safe als Innenverteidiger oder so zocken. Als Godin oder wo auch immer. Wo wir ihn hinstellen wollen. Scheißegal. So. Und dann so. Und dann kriegen wir da nochmal ordentlich raus. Und dann sind wir auf einer 93er Bewertung. Und das mit dem 88er Silber. Mit dem Silberspieler. Und in den Pogba. Vertraut mir. Hier geht was. Ey, wenn es jetzt nichts wird. Ein Stürmer. Ich brauche einen Stürmer. Ich brauche einen Stürmer. Irgendeinen. Gib mir irgendeinen, Junge. Irgendwas. Salah erstmal rein. Geht es auf 94 hoch? Nein, leider nicht. Oh no. Das könnte aber was werden hier. Das hat Potenzial. Das hat sehr, sehr, sehr Potenzial. Rechtsverteidiger. Plus 2 nochmal. So. Merkt ihr das, was das für Potenzial hat? Merkt ihr das gerade? Fühlt ihr das? Fühlt ihr dieses Potenzial? Oh no. Minus 4. Ich bin aber selbst ohne ihn drin mit auf einer 94er Bewertung. Das ist ja geistes. Das ist ja geistesverrückt. Ey. Wenn wir jetzt einen 94er Stürmer oder so bekommen. Holy, 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 holy. Nee, 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 nee. Komm mir gar nicht mit sowas an, Bro. Bitte komm mir nicht mit sowas an. Selbst mit dem, Bro, sind wir noch auf einer 94er Bewertung. Wir brauchen Chemie, Chemistry, ZM, Stürmer. Bitte, Mann. Ey, wie green. 85. Nee. Oh man, was soll das? Ich wollte doch eben Top-Kommentar machen. Habe ich gerade. Ist mir gerade eingefallen. Von hinten anfangen. Jetzt kriege ich hier noch Kante, der übertrieben Eis kommt. Sehr, sehr wild. Rein mit dem, Bro. Mit Kante wieder auf 94 angekommen. Mit Kante wieder auf 94 angekommen. Aber chemietechnisch geht das hier gerade nicht auf. Ey, das ist unglaublich. Oh mein Gott. Summer Heath-Karte von Trames Rodriguez. Bro. Das wäre jetzt ein wilder ZM. Können wir den zocken? Den können wir sogar zocken. Und jetzt brauchen wir irgendwie Eden Hazard im Storm oder so. Plus 4. Ja. Okay. Haben wir im Hinterkopf? Mach ich jetzt aber erstmal nicht. Tigger. Das ist unglaublich. Das sieht so nice aus. Das sieht unfassbar nice aus. Oh ne, 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 bitte. Gib mir doch mal einen Stürmer. Ey Junge, jetzt kriegen wir nur noch einen Innenverteidiger. Wir haben keinen einzigen Striker bekommen. Wir kriegen auch noch Piqué. Das ist wirklich. Jetzt habe ich eine Idee. Jetzt habe ich eine Idee. Zack. Und zack. Gibt nur plus 1. Wie zur Hölle gibt das nur plus 1? Also das macht für mich gerade 0,0 Sinn. Guckt euch das mal an, was hier gerade passiert. Ach so. Sieht auf jeden Fall schmackhaft aus. Und wenn wir jetzt noch irgendwie Totti Alisson oder so bekommen, so just for the rating, dann geht da auf jeden Fall noch einiges. Ja, nochmal kurz einen Oplug reindrücken. Warum auch nicht? Ich gucke mal kurz, was hier geht. Ich habe das Gefühl, wenn man Best irgendwie raustut, dann in ZDM oder so, dann geht da was. Ich probiere mal ein bisschen rum. Irgendwie so vielleicht. Dann vielleicht irgendwie so oder so. Mal gucken. Wir haben Best. Wir haben Maradona, Garincha, Carlos Alberto, Cavajal, Courtois, Piqué, Jordi Alba. Boah, ich komme nicht drauf klauen. Und auf der Bank sitzen noch solche Karten und ich kriege das nicht hin, hier auf Chemie zu kommen. Seht ihr irgendwas, was ich machen kann? Ich habe keine Ahnung. Ich schicke ab. Unglaublich. Wirklich. Das sind unglaubliche Drafts, die wir hier bauen. Aber die Chemie, Chico. Die Chemie. Da fehlt immer etwas. So ein kleines bisschen. So ein Ticken fehlt dann noch. Wow. Freunde, gehen wir ins nächste Draft. Und mir hat jemand vorgeschlagen. Ah, das war Top-Kommentar in der letzten Episode. Und das mache ich jetzt einfach mal. Das heißt, ein Draft rückwärts bauen. Habe ich so eigentlich auch noch nie gemacht. Weiß nicht, ob das was wird. Und wir haben die 4 Triple Two am Start. Das gibt es nicht. Jetzt muss ich da mit der 4 Triple Two einfach rückwärts einen Draft bauen. Hä? Junge, Junge, Junge. Falls ihr noch so geile Ideen habt, schreibt mir die gerne in die Kommentare. Votet die hoch. Dann mache ich das vielleicht in der nächsten Episode. Okay. Das passt ja sogar. Unser Kapitän wird Lionel Messi. Und er geht auf die Bank. Und da müssen wir jetzt auch weitermachen. Wir machen erst die gesamte Bank. Und jetzt müssen wir weise Entscheidungen treffen. Wakes weise muss jetzt am Start sein. Promise guckt schon so. Ah, heute bist du Wakes weise. Okay. Bin ich mal gespannt, was hier geht. Oh mein Gott. Was? Leute, das ist die eine Million Euro Idee, die ihr mir da gerade gegeben habt. Ich bin Millionär. Wer wird Millionär? Wakes wird Millionär. Messi, Maradona und Promise. 4 Triple Two. Mesisch. Griezmann. Habt ihr seine Karte gesehen? Die will ich euch jetzt gar nicht einblenden. So schlimm finde ich die. Idrissi ist jetzt nicht so clever. Leute, ich würde den 94er nehmen, wenn ich wüsste, was ich habe. Aber ich brauche keine Flügelspieler. Und Diego Carlos könnte mir meinen Arsch retten. Das heißt, leider nehme ich jetzt Diego Carlos mit, weil das so ein Rückwärts-Reverse-Draft ist. Und jetzt kriegen wir noch Mounier. Oh, wir kriegen so viele Flügelspieler, die wir alle nicht gebrauchen können, weil wir keine Flügel-Formation haben. Wir haben schon 3, 4 Stück. Ach, mein Gott, Alter. Und wenn man Flügel-Formation hat, bekommt man die irgendwie nie, ne? So ein Ding ist das. Was? Junge, ich bin so gespannt, was gleich in der Startelf passiert. Ich weiß ja jetzt gerade nicht, was auf mich zukommt. Richarlison. Sehr nice. Das ist schon mal ein wichtiger Stürmer, den man auf jeden Fall dann schon mal reinstellen könnte mit einer 93er-Bewertung. Zusammen mit Maradona. Oh, hier habe ich schon mal noch einen ZDM mit einer 93er-Bewertung. Kann man auf jeden Fall auch mitnehmen. Ey, wir sind jetzt schon auf einer 28er-Bewertung. Noch nie erlebt. 28er-Bewertung. Oh, Haji, nächster Flügelspieler. Kam wie sonst was hier noch reingeflattert auf dieser Non-Rare-Seite. Und dann geht es weiter. Jetzt muss es ja sein. Mit dem Hakimi. Zwei Spiele noch auf der Ersatzbank. Was ist los hier, Leute? Was war das für eine Idee von euch? Wie kamen ihr drauf? Random. Okay, Brasilianer. Mariano, Richarlison. Vielleicht noch im ZDM irgendwie ein Neymar oder so. Der hat ja auch noch eine Karte da. Ah, Alisson würde ich ungern nehmen, wenn ich nochmal die Chance hätte auf ihn. Aber ich habe nur noch einen einzigen Torwart, der kommt. Das heißt, ich muss Alisson nehmen. Weil Premier League und weil Diego Carlos, das passt zusammen mit Mariano und so. Das ist eigentlich schon clever, was ich hier gemacht habe. Wir suchen mal weiter. Ah, okay. Äh, Premier League habe ich schon, Brasilianer. Das heißt, ich nehme hier Oblak mit. Und das passt. Wir gehen jetzt aber nach vorne. Mit Charleston habe ich, Maradona habe ich. Wenn sie dann noch kommt oder so. Boah, Cristiano Ronaldo. Auch noch ein 93er. Wild. Hä? Das war echt eine wilde Idee von euch. Das bringt richtig Bock gerade. Hier nehme ich mal Isaac, Isaac, Isaac mit. Und dann tue ich aber auch schon direkt den Bruder hier rein. Eieiei, ich merke gerade, ich muss Cristiano Ronaldo spielen. Ich muss ihn spielen. Ich habe keinen anderen Stürmer für ihn. Und ich muss jetzt einen von hier mitnehmen. Also, ich muss Bruno Fernandes mitnehmen. Oder habe ich noch einen anderen ZOM? Ne, habe ich nicht. Das heißt, Bruno Fernandes. Ach, der ist ja gar nicht mehr in der Premier League. Scheiße. Na gut, da war Eriksen eh da am Start. Ich war gerade ein bisschen lost blind oder so. Gehen wir auf die andere Seite. Maradona habe ich schon. Zidane, 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 Zidane. Marcelo. Marcelo Boulon. Okay, den kann man aber mit Richie linken. Und dann ballere ich hier auf jeden Fall schon mal den Maradona rein. Ich sortiere mal kurz die Bank, ja? Damit wir hier schon mal alles safe haben. Sehr, sehr random, was wir hier machen. 76er Bewertung. 38. Chemistry. Hä? Macht gar keinen Sinn. Aber YOLO. So ein Ding ist das hier. Sagt man überhaupt noch YOLO in der heutigen Zeit? Ich weiß nicht. Nächster Brasilianer. Das gefällt mir mit den Brasilianern. Nächster Brasilianer könnte ich auch nehmen. Oder ich nehme... Äh... Ja, 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 ja. Ich nehme auf jeden Fall Brasilianer mit, weil wir jetzt nicht mehr so viel hier machen können. Ähm... Austausch-mäßig. Okay, Linksverteidiger. Dann stellen wir am Ende dann nochmal um und gucken, was da passiert ist. Pah, Bock nicht so. Bock nicht so. Bock überhaupt nicht eigentlich. Aber das war der Beste hier auf der Seite. Rechts. Okay, ist egal. Ist egal. Rechts hatten wir schon jemanden, oder? Ja, rechts hatten wir Mariano. Stimmt. So, Mariano knalle ich direkt rein. Zack. Plus neun. Ja. Geht in die richtige Richtung auf jeden Fall. Und wir arbeiten uns halt langsam aber sicher hoch. Die beiden Innenverteidiger noch. Ich bin grad so verwirrt, ne? Pfff! Was? Das hab ich noch nie. Das hatte ich noch nie. Zwei 99er Karten in einem Draft. Das hatte ich noch nie. Weltrekord. Also mein persönlicher Weltrekord. Wenn man das so sagen kann. 99er Virtual. Und 99er Maradona. In dem Vorschlag, den ihr gebracht habt. Was ist hier los, Leute? Niemals ist das gerade passiert, oder? Niemals ist das gerade passiert. So. 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 Und so. Jetzt geht's ab. Dann noch den Torwart hier rein. Wo ist er? Da ist er. Da ist er. Das kann was werden. 194 mäßig. Ronaldo bekommt gerade gar keinen Link. Aber zur Not könnten wir den Bruder hier reinstellen. Und hätten 100 Chemie. Aber ich will jetzt mal sehen, was mit Ronaldo geht. Oh. Haji für Renato Sanchez rein. Und wir sind auf 100 Chemie. Nice. Jetzt nochmal sortieren hier. Bisschen nach hinten. Zack. 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 Und. Ah. Nein. Noch nicht. Wir haben 2 99er Karten, Bro. Aber hier. Die Spieler machen gerade ein bisschen. Ah. Was sehe ich denn da? Was sehe ich denn da? 95er rein. Das habe ich ja ganz übersehen gehabt. Ja. Krass. Wir haben einfach meinen Rekord mit 2 99er Karten gebrochen. Und trotzdem nicht auf eine 194er Bewertung. Obwohl ich schon sehr, sehr viele 194er Drafts hatte. Aber ich will mich gar nicht beschweren. Ich nehme das hier mit. Und damit kann man auf jeden Fall gut schlafen gehen. Guckt euch diese Top-Spieler-Übersicht ein. Und ich habe einfach Messi da angezeigt mit Maradona und Van Dijk. Schwer von Messi wäre noch als 99er Karte gekommen. Vorbei. Versprochen. Vorbei. Also unnummer geiler Vorschlag von euch. Sage ich euch, wie es ist. Gerne weiter solche Vorschläge bringen. Lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Ich habe heute zwar wieder kein 194er, ne, 195er geschafft. Aber Jungs, was soll es jetzt? Am Ende habe ich die Hoffnung jetzt eh schon aufgegeben. Ihr wollt, dass ich weitermache. Ihr wollt meine Draft-Videos weitersehen. Hier habt ihr es. Und ich hoffe, ihr seid trotzdem zufrieden. Was ein Draft.